Pietro Tenerani war ein italienischer Bildhauer. Leben Tenerani war in Rom Schüler der Bildhauer Antonio Canova und Bertel Torwalzen. Als Meisterschüler des Letzteren war Tenerani an der Erschaffung der Hauptfiguren des Grabmals des Prinzen Eugen beteiligt und schuf die Genien des Lebens-U-Todes auf dem Leuchtenberg-Grabmal in der Münchner Michaelskirche. 1823 modellierte Tenerani für die Stadt Pisa einen Christus am Kreuz, den diese dann in Silber fertigen ließ und der Kirche San Stefano schenkte. Bereits mit seinen ersten eigenständigen Werken, zum Beispiel Amor und Psyche, konnte Tenerani aus dem Schatten seiner Lehrer treten und auch erste Aufträge erlang. Die Akademia di San Luca gab Tenerani einen Lehrauftrag und ernannte ihn zum Professor. Als solcher hatte er viele Schüler U.A. Aurelio Tia A. Terley. 1847 wurde Pietro Tenerani in New York zum Ehrenmitglied der National Academy of Design gewählt. Sein Amt als Dozent an der Kunstakademie hatte Tenerani bis an sein Lebensende inne. 1860 wurde er zum Generaldirektor aller römischen Museen und Galerien ernannt. Dieser Titel war weniger ein Amt als viel mehr als Ehre gedacht. Das künstlerische Werk Teneranis umfasst von der Gemme als Schaubild über Einzelstatuen bis hin zur monumentalen Figurengruppe für Brunnen ein. Großes Spektrum bereits von Zeitgenossen gelobt wurden seine Figuren als vortrefflich gearbeitet und für die Akademie eine Zier. Medaillenporträt 1853 einseitiger Bronzeguss 87 mm P. Tenerani und L.T. und G.T.S.C.U.L.T.O.R.E. Halsbildnis nach rechts Medailleur Karl Friedrich Vogt Die im Zweiten Weltkrieg zerstörte Statue von Tenerani wurde bislang nicht wieder ersetzt. Punkt Werke Psyche mit der Büchse der Pandora Amor Der Venus einen Dorn ausziehend Kreuzabnahme Christliches Liebe spart den Märtyrer Tod erleidend Grabmal der Herzogin von Lante